Oh mein Gott! Das habe ich dir auch machen. Wow! Hast du das gesehen, René? Der hat seine Bombe reingelegt. Wenn ich weiß, was passiert ist mit dem Sprüer. Was? Was passiert ist mit dem Sprüer? Er hat gesprüht und der Junge ist explodiert. Oh Gott! Feuerball! Tsch! Oh, der ist in der Fall. Auffang! Auffang! Oh Gott! Oh, der ist abgestürzt. Jetzt wird es lustig. Hast du das schon gesehen? Nein. Oh Gott! Das ist grün. Schau! Ich schiebe mich! Das ist die Wand voll auf dem Kind. Oh Gott, er hat das ganze Zeug. Boah! Aber ich weiß schon, und das zack. Tsch! Tsch! Uuhh! Du solltest eigentlich rüber den Erdbein holen. Tsch! 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 Der kleine Junge verwandelt sich und kann sich so verändern. Der kleine. Der hat seine Natur. Seine Superkraft ist, er kann sich jedes Muster verwandeln. Ich fahr! Ich fahr! Ich fahr!